Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Oh ja, das hört sich hier ganz nach einem Bosskampf an. Irgendwas ist hier verschwunden und... Yep, es ist ein Bosskampf. Uh, schieß doch! Ja, aha, okay, hinter mir ist alles voll, okay. Äh, ich glaube, das mache ich nochmal. Eine Riesenameise, ne? Ähm, aha, aha, okay. Ja, ich will es nochmal laden, bitte. Hab schon gesehen, da brauchen wir... Da brauchen wir definitiv für andere Pufen. Wie wärs mit... ...die da. ...die da. Da ist noch was. Ja. Oh! Ja, wie ist das? Ich bin ja noch gerade. Ich brauche dich, gerade. Ich habe keine Ahnung, ob das was hilft. Okay. Wow! Au! Au! Ich bleib hängen. Ich dachte, ich kann dazwischen rein, ne? Ja. Pfuh. Du gehst englisch. Zitat, du gehstynch. Ja. Aja. Okay. Aha. wir jetzt wahrscheinlich ein paar Leben brauchen. Ich muss das nochmal... Aha, okay, wir starten immer da draußen. Ähm, na, was mach ich denn da? Hör auf damit. Okay, wir starten immer da draußen. Das ist natürlich doof. Ähm. Ich werde immer hier draußen starten. Ja, die brauch ich mal. Das ist ja richtig doof. Jo, kann man nix machen, ne? Okay, das hat kein Damage gemacht. Wow, 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 wow. Ich hab auch keine Ahnung, wie man hier wo bin ich da? Leben generieren kann. Ja, keine Ahnung. Okay. Nein. Keine Ahnung. Ich hab auch viel zu wenig Leben, ne? Das wird auch ein bisschen mitschuld sein. Puhuuh, gut. Ich hab ja keine Ahnung, wie man hier Munition, aha. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt's dann irgendwas so eine Ecke, ne, wo man Leben generieren kann. Das würde mich jetzt echt freuen. Ich muss jetzt, ich muss mir da ein bisschen reinschauen tun. Tut mir leid. Diesbezüglich. Äh, so. Was, die jetzt? Die, ne? Hier ist nur ein Ausgang, ne? Hier ist... Äh, darf ich bitte? Durch? Buggy. Okay. Okay. Alles Buggy. Jawohl. So haben wir es doch gerne, oder? Das war auch Munition, leider. Ich hätte gern irgendwas mit Leben gehabt. Okay. Ah, ja. Wow. Ich bräuchte hier die Explosionsmunition. Wo ist denn die? Hallo? Wo ist meine Explosionsmunition? Irgendwie habe ich das Gefühl, die ist nicht da. Irgendwie geht die hier nicht, oder was? Schachtelpatronen. Hm. Das ist einmal komisch. Au. 35 noch. Wow. Alles scheißlich, ne? Leben wäre halt echt nicht schlecht. Würde sich echt anbieten. Wo ist denn eigentlich die Railgun? Da. 500 Stück. Ja. Okay. Ich stelle mich wieder super an. Ich dachte, man kann hier die Leben toll verbrauchen. Dem ist allerdings nicht so. Nein, nein. Also wir bleiben bei der und holen uns dann die Munition. Damit der bald amass wegkommt. Das ist nicht wohl die Tacticus. Ich stecke fett. Naja, okay, okay, naja. So viel Damage ist es jetzt auch wieder nicht. Wah, scheiße, scheiße, scheiße. Pistoteppert. Das ist halt echt gemein. Jawohl, mein Leben. Wahnsinn. Leben. Wo soll man das hinschreiben? Ja, Mistviech. Hä? Was? Alter, wie? Ja, frees, don't touch, ne? Bin hier gleich wieder hin. Pfff. Bin hier gleich wieder kaputt, ne? Also... Toll. Wow. Das war's eigentlich schon für mich. Leben ist hier sehr, sehr rar gesät. Ich hab nicht mal Ahnung, ob ich die blöde Kuh überhaupt treffen tue. Das war nur knapp. Mein Nase jubelt. Pfff. Scheiße. Leben, Leben, Leben. Gutes Leben. Liebes Leben. Ich liebe das Leben. Da, da, da. Leben, Leben. Schön, schön. Lauf, lauf, lauf. Was zum Teufel? Das explodiert ja noch. Nur freilich. Alter Schwede. Ich bin hier schon wieder gleich kaputt. Also gibt's jetzt nen Rucksack? Wah. Ich muss mal ein bisschen rumlaufen. Und husten muss ich auch. Dafür gibt's hier die 25 Lebensdinger. Wow. Ui. Ah, falsch. Falsch! Was? Nur plus 2? Leg ich mich doch am Arsch. Entschuldigung. Die wollen mich doch nur ärgern hier, ne? Ihr dreht jetzt vollkommen durch, ne? Ihr braucht Leben. Keine Munition. Idiot. Danke. Warte. Leben, 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 Leben. Wow. Okay, Munition nehmen wir auch. Sind wir auch nicht böse. Wo bist denn? Hex. Da hat sich irgendwie die Wand festgeglitscht. Was auch immer. Was auch immer. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe noch ein paar Seiten. Ich bin schon froh, wenn die fertig ist. Ich bin schon froh, wenn die fertig ist. Bei ihr oder bei ihm oder bei es. Keine Ahnung. Das Ungeziefer. Das wäre wieder mal ein Leben. Nicht schlecht. Ich hätte es dann immer wieder ins falsche Eck. Wow. Die Alte ist böse. Meins Ernst. Alter, Scheiße. Leben. Endlich wieder leben. Gott sei Dank. Alter. Ja, 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 ja. Das ist schon fein. Bist du den Arsch. Bist du den Arsch. Das ist freiglich. Zwei. Was sind zwei Leben, bitte? Alter Scheiter. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jetzt kriege ich keine Leben mehr, nein? Teil Nummer sieben. Bin ich eh schon kaputt. Ist eh schon vorbei, eigentlich. Nur mehr Munition. Hallo, ich brauche keine Muni. Ich brauche Leben. Oh Gott, ja. Klar. Gah, das war aber nicht so schlecht. Das war schon nicht so schlecht. Aber die ist halt auch nicht stark, ne? Aber alles, was wir haben. Blöde, die Kuh da, echt. Ja, ja. Na, falsch. Tja. Super. Super. Ich saue mir alles ein. Wow. Ja, ja. Nein. Pff. Diese Säure da, ne? Die ist heftig. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich die überhaupt treffe mit irgendwas. Jetzt bin ich ja gleich wieder kaputt. Immer diese blöde Mist-Munition, ne? Die keiner braucht. Und wir leben. Ich muss wieder auf die gehen. Mann, irgendwas mit Leben wäre nicht schlecht. Wäre echt nicht schlecht. Ah. Ah, so langsam kriege ich ihn nämlich im Zahnfleisch daher. Boah, die ist doch böse. Alter. Ah, leben, leben, leben. Ich sehe es. So. Noch mehr leben, bitte. Perfekt. Really cool. Geht noch mal leben? Ne. 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 Das war nicht so schlecht. Ach, das war nicht so schlecht. Irgendwas haben wir halt gebrochen. Man ständig halt. Alter. Na ja, jetzt fängt es zu schießen an, ne? Wow. Oh Gott, wir haben kein Leben mehr. Ah, wir haben kein Leben mehr. Wir haben gar nichts. Null. Nada. Niente. Leben. Nichts Munition. Leber. Leben. Leben. Leben, bitte. Nichts Munition. Corona. Leben. Ach komm. Das gibt es echt nicht. Wieso kommt er nicht leben, wenn man was braucht? Ich glaube, ist der Boss hier gar nicht so schwer eigentlich. Ja, ich lüge mich gern selber an. Brauche ich jetzt einen ganzen Part dafür, ne? Mehr sogar wahrscheinlich. Wo die Schwachstelle ist von den Richtern. Okay, nun ist es aus. Nun ist es wieder da. Wow. Wieso habe ich die Wachse gewechselt? Genau. Die Waffe gewechselt. Die Waffe gewechselt. Ah, ah. Alter. Das ist richtig, was. Gescheit. Ich hoffe, ich treffe das Gescheits. Sag mal, weg wieder. Au. Na, falsch. Okay. Wah. Das Problem mit so den Käfern ist, glaube ich, dieser Zitrinpanzer, den die alle haben, ne? Die haben ja da immer dann quasi extra Müstung. Wenig Leben. Na, auf. Aha, verkehrt. Aha, verkehrt. Ah, ja. Autsch, autsch, autsch. Autsch, autsch, autsch. 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 Heee. Das erwischt ich mich noch von der Seite, ne? Achso, komm, ey. Ich würde mir kurz kurz sagen, weil die Frage, ob sie beschädigt wäre, ne? Wenn wir nochmal durchs Portal gehen, aber ich glaube nicht, das wird zum Vorne beginnen, schätze ich mal. Okay. Okay. Ja. Das wird das Helm vergessen. Nee, nee. Nee. Nee, ich schluss nicht fahren, dann schwein. Scheiße. Alter. Ja. BAM-BAM... Ich stege schon auf der Fest. Ich stege schon auf der Fest. Lalao. Guck mal, du Gratlerin, du Schiche! Wo ist denn das, oder? Ich glaube, wenn sie dann so meldlich wird, ist das ein Zeichen dafür, dass wir sie schon mal nicht erwischt haben. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Boah, ey. Heee, komm, leck mich davon, oder wer das denn? Das ist echt, ähm, ja, ich krieg das in dem Part nicht hin. Keine, keine Chance. Was ist denn das für eine komische Gestalt hier später? Alter. Du bist so hässlich. Du bist so hässlich. Du bist so hässlich. Du schierkes Viech. Re, re, re. Oh, fuck. Oh, look. Leben wäre halt wieder mal schön. Wow. Oh, Huff. Boah ey. Oh, Huff. Ich hoffe, dass es passiert, was ich da mache. Wow. Oh, äh. Was? Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rein, du Kacke, du... Verstehst? Oh. Ja, ja. Ja. Ja, du scheiß Säureampel. Echt? Katarn. Ja, ja, natürlich trifft sie. Das ist egal. Alter, das gibt's ja nicht. Wer hat sie mir zerwischt? Oh, das ist so mühselig, ey. Du blöde... Ach, ich hasse sie wirklich. Na, ich hasse die Alte. Na, nicht so weit. Es ist halt auch so schwer, kein Gefühl für die Bewegung reinzukriegen. Wenig Rüstung, wenig Leben, wenig von allem. Mei ist es schien. Dice mal hier im Boden. Das ist sch Thompson sch催iert. Aber hatten wir schon geschafft. Ich kann mich nicht anschauen, Ich will den Granat hin. Das wird da nicht sehr schlau von mir. Nee, nee. Wie macht die das? Das ist so gemein. Alter. Das ist so total gemein ist das. Wirklich. Voll gemein. Und wie ich kein Leben kriege. Jaja. Tu mich auch. Es ist ja Wahnsinn. Nur Munition. Nie leben. Oh, scheiße. Jaja. Wieder nur Munition, oder? Na, endlich mal mit Leben. Wah. Lauf, lauf, lauf. Wow. Alter, 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 alter. Und wir da kein Leben, ne? Nirgendwo. Ja. Nur diese blöde Kack-Munition. Da ist mir, da was Gott sei Dank. Da ist mir, da was Gott sei Dank. Joi. Joi, 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 joi. Alter, 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 alter. Scheiße, der Bart ist auch zu Ende. Und ich hab nichts zusammengebracht. Gar nichts. Null. Leben. Wie? Wie? Was? Wo? Lass mich in Ruhe, alter. Noch mehr Leben, noch mehr Leben, noch mehr Leben. Noch mehr Leben, noch mehr Leben. Ach, scheiße. Okay. Ich hoffe, ich treffe ein bisschen was. Boah, Entschuldigung schon mal für die ganze Überlänge. Alter, alter, alter. Bitte Leben. Irgendwo noch was mit Leben, bitte. Wow. Boah. Scheiße. Leben, nicht Munition. Leben, roten. Boah. Da ist ja alles voll mit diesem Scheißding. Ach komm, ich hab da Leben. Leben, 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 Leben. Ja, hilf mir aber nix mehr. Die ist so agro, die alte. Warte. 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 Okay. Das war's dann wieder für heute, ne? Toll. Einen ganzen Part lang nix erreicht. Ich freu' mir. Ja, ich hasse es. Na gut, ihr Lieben. Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass ich so herumfaile. Vielleicht klappt's ja im nächsten Part. Und somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen für's Erdulden und Ertragen meiner Fails. Und ich speier das mal vielleicht so ab. Vielleicht bleibt das dann nochmal erhalten. Und ich muss das nicht jedes Mal umtun. Und ja, wir viben im nächsten Part weiter. Fürchte ich. Naja. Also dann. Vielen lieben Dank nochmal. Und alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.